Mit der 16. Frank Beckner, die 17. Thomas Renner, die 27. Paul Dietrich, die 23. Pittenloser, die 3. Ronny Kiemel, die 20. Martin Schleicher, die 6. Christian Wackel, die 5. Führerkläger, die 6. Regimenariat, die 20. Martin Schleicher, die 20. Martin Schleicher, die 20. Martin Schleicher, die 28. Martin Schleicher. So liebe Zuschauer, der Fanclub des Sonnenberger HV ist auch nicht ohne ein Gastgeschenk zu uns. Jetzt muss er aufreifen, versuchten. Sie werden aufreifen, aufreifen. Sie werden aufreifen, aufreifen. Sie werden aufreifen, aufreifen. Sie werden aufreifen, aufreifen. Sie werden aufreifen. Sie werden aufreifen, aufreifen. Das ist eine große Herausforderung. Sie werden aufreifen, aufreifen. 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 Und das ist eine große Herausforderung. Sie werden aufreifen. Sie werden aufreifen, aufreifen. Sie werden aufreifen, aufreifen. Sie werden aufreifen, aufreifen. Ich bin ein glücklich. Jetzt musst du deine Glückwunsch mit der Erste. Also, wir gratulieren im Namen der Frauenmannschaft zwei Bierkästen jeweils in die Kabine und an Goldie gespendet von der Frauenmannschaft den Männern ganz herzlich zu ihrem Landesmeister-Titel. Jetzt hast du eigentlich einen Platz für uns verdienen zum Zweifel, jetzt hängen wir uns gegen den Kumpel. Total heavy. So glücklich war ich noch nie mein Leben. Das ist dein erster Landesmeister-Titel. Richtig, mein erster. Und ich hoffe, die anderen Folgen nach. Die, meine ich, die zu square. Komm, 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 komm. Dann komm, komm, komm. Prost! Prost! Ich bin der größte Fan vom HSV. Siehst man auch farblich. Farblich abgestimmt. Zu der End! Wir sind die Champions, wir sind die Champions, die uns für die Lungen. Wir sind die Champions auf den Welt. Untertitelung des ZDF, 2020